Sie haben bessere Startbedingungen und Perspektiven als die leidgeprüfte Kriegs- und die entbehrungserfahrene Nachkriegsgeneration. Gerade die Jugend sollte die Geschichte kennen, damit sich historische Fehler nicht wiederholen. Kein Volk kann ohne seine Geschichte leben. Wir bejahen die nationale Identität. Ihre Anbetung war genauso verhängnisvoll, wie es ihre Zerstörung oder Leugnung wäre. Wir müssen heraustreten aus dem Schatten Hitlers, ohne die Lehren der Vergangenheit zu vergessen. Wir müssen ein Bekenntnis ablegen zur deutschen Geschichte und zur bayerischen Heimat. Eine Zukunft zum Nulltarif gibt es nicht. Alles, was uns lieb und teuer ist, was das Leben wertvoll und bequem macht, muss hart erarbeitet werden. Auf Freiheit und Frieden gibt es nichts zum Nulltarif.